Hallo zusammen, wie schön, dass Sie sich ein weiteres Video von Magis ansehen. Ich habe Ihnen bereits gezeigt, wie unser Webshop funktioniert und wie Sie eine Bestellung über unseren Webshop aufgeben können. Natürlich sind wir auch weiterhin telefonisch und per E-Mail für Ihre Bestellungen erreichbar. Aber was genau passiert, wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Ich nehme Sie mit in unser Lager. Ich nehme Sie mit in unser Lager. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, einen Blick hinter die Kulissen von uns zu werfen. Möchtest du öfters Backstage-Filme von uns sehen? Dann folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.